Willkommen beim Kanal Gamer Tim Drake. Wir spielen heute mal wieder Spider-Man mit der nächsten Hauptmission, Aus dem Regen. Nach der Mission müssten wir eigentlich auch die Trophäe bekommen. Versammlung der Six schließt Akt 2 ab. Wir können es vor der Mission einmal nochmal aufrüsten. Wir haben noch ein paar Fähigkeitspunkte, die wir vergeben können. Und dann schauen wir mal, was sich da so angebahnt hat auf dem Fernseher im Fiesgelände. Der Teufelsatem ist weg, aber wir haben noch größere Probleme. Rikers? Wir müssen schnell sein. Spring auf! Was ist passiert? Ein koordinierter Angriff. Muss von außen geplant gewesen sein. Alle Zellenblöcke sind offen. Schon bald wird jeder Gefangene von Rikers die Fifth Avenue hinab spazieren. Was ist mit dem Reft? Sollte okay sein. Die Einrichtung ist extrem sicher und hat ihr eigenes Stromnetz. Gut. Und der Teufelsatem? Sable kümmert sich darum. Vertraust du ihnen? Hab ich eine Wahl? Oh oh. Du warst nicht angeschnallt! Oh oh oh! Entledige dich! Schnell! Bin dran! Ja, was man auf jeden Fall sehen kann, ich habe vom Fokus her, also das ist jetzt oben rechts das Symbol, auch nächste Benchmark sehe ich gerade, harte Landung, gibt EP-Punkte, den Verteidigungsschild ausgerüstet. Das heißt, wenn ich durch drücken der L3-R3-Taste drücke, gibt es halt für jeden verschiedene Anzug spezielle Mods, das ist ein Verteidigungsschild, würde halt bedeuten, wenn ich den aktivieren würde, es können mich keine Kugeln treffen oder verletzen oder Raketen, also eben wäre das mal schön sinnvoll gewesen. Da waren einige da, ne? Was auch gar nicht, wo ich fertig lang muss, also es scheint so auszusehen, als ob ich mich da durchprügeln muss. Was sollte eigentlich, oh ja, eigentlich kann das Problem sein, müssen wir auch gleich meine Gesundheit mal wieder ein bisschen auffüllen. Geht ja mal mit der Pfeiltaste nach unten, ob ich mich erwischt. Geht ja mal mit der Pfeiltaste nach unten, ob ich mich erwischt. Geht ja mal mit der Pfeiltaste nach unten, ob ich mich erwischt. Geht ja mal mit der Pfeiltaste nach unten, ob ich mich erwischt. Geht ja mal mit der Pfeiltaste nach unten, ob ich mich erwischt. Geht ja mal mit der Pfeiltaste nach unten, ob ich mich erwischt. Geht ja mal mit der Pfeiltaste nach unten, ob ich mich erwischt. Geht ja mal mit der Pfeiltaste nach unten. 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 Ja, ja! Geh! Sehr schön. Dann sind's noch einmal draußen in der Hof. Welcher Hornoxe bringt denn bitte Raketen in ein Gefängnis? Hallo, hier ist Sergeant Hansen. Ist jemand auf dem Kanal? Hier ist Gastmatternabe. Wo sind Sie? Stromversorgung. Dachbeizellenblock D. Arbeiter der Stromzufuhr. Sind Sie das im Heli? Positiv. Was war hier los? Keine Ahnung. Zuerst war der Strom weg und dann brach das Chaos aus. Halten Sie durch, wir kommen so schnell es geht. Spider-Man, kommst du auf das Dachdach? Dort oben ist ein Officer-D. Hilfe brauche. Bin unterwegs. Star magic. Ah. 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 Ahh. Ah. 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 Hey, hier kommt unser Händen! Da ist jemand hinter dieser Tür! Kommt, Leute! Ich weiß, dass da draußen jemand ist! Sie sind fast schon bei mir! Holt mich hier raus! Sie kommen! Wo sind denn alle? Sie zerlegen mein Auto! Helft dem Wärter! Ich versuche den Strom wieder einzuschalten! Gut, ich sehe nach! Schnell bevor sie töten! Das wird da irgendwie nicht besser die Situation! Die fetten Klopse sind auch mal ganz schön! Da hilft eigentlich immer nur schön einsperren, einsperren, einsperren! Aber wenn die hinhauen, das tut echt mächtig weh! Und auch die Netze, die wir dann halt verschießen, auch so ein riesen Klotz, sag ich mal, hält auch nicht super lange! Also irgendwann befreien sich die Mistkerle, ne? Ja! 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 Ich muss sie ausschalten! Ich muss sie ausschalten! Ja! 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 Ahhh! Das läuft aber weg! Sie liegt auch in der Wege, die differenziert Whenssalskuss! Also irgendwie geht das da nicht richtig weiter. Also wenn wir da den ganzen Knaster irgendwie einfangen müssen, dann ist das echt heftig. Also meine Gesundheit ist ja stellenweise doch ganz schön am Leiden. Ich hätte eigentlich gehofft, dass da noch die großen, großen fetten Bosse jetzt irgendwie kommen. Na, gucken wir mal. Ja, das ist auch mal eine schöne Geschichte. Mal gucken, was wir jetzt mit dem Hubschrauber machen. Festgesponnen haben wir ihn. Ja, Quicktime-Events immer ganz gerne gesehen. Ah, wunderschöne Videosequenzen, ne? Führerschein und Zulassung, bitte. Genau. Zeig mal deinen Führerschein. Gut. Die Dinger sind wohl halbwegs unter Kontrolle. Juri. Sagtest du nicht, dass Raft sei sicher? Das sieht nach Elektro aus. Könnte schlimmer aussehen als es ist. Sehr optimistisch. Aber ich habe gelernt, was schlimm aussieht, ist meist noch schlimmer. Und wer ist da? Der Elektro. Haben wir noch gesehen mit seinem Bissack. Ist aber ein Bissack, ne? Steuerknüppel hoch, Logo. Juri festgehalten, Steuerknüppel hoch, Netze verschossen. Ja. Wir sind halt Spider-Man, ne? Alles okay? Ja. Willkommen zur Party! Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt draußen die Lüge von den Sträpligen fertig gemacht haben, ne? Okay? Bitte. Na gut. Gehen wir da mal wieder durch. Das erinnert ein bisschen an die Szene von Guardians of the Galaxy. Da waren die auch so im Knast angezogen, ne? Auch ein geiler Film. Elektroschocks sind eigentlich auch ganz cool. Bewegungsrundfähig. Wir können es halt so ein bisschen hochleveln vom Kombo her. Sofern wir uns halt nicht treffen lassen, wie gerade eben. Gehen wir uns bald im Hintergrund. Geschwister wirst. Gehen wir uns bald? Gehen wir uns bald. Katastrophal ist das klingt nicht durch Hi Rhino, hoffentlich magst du Überraschungen spinnen Überraschung, was meint er denn damit Hey wie sieht's bei dir aus Bei mir? Ach ich bin im Knast mit allen Schurken, die ich in den letzten 8 Jahren Das ist zu schön, um wahr zu sein Skorpion, wartest du mal kurz? Ich war mitten in einem Anruf Wir wurden unterbrochen, alles okay? Eher nicht, Electro, Rhino und jetzt auch Skorpion sind auf freiem Fuß Was ist im restlichen Gefängnis los? Die Kamera läuft bald wieder, dann gibt's ein Lagerbericht Electro ist schneller als je zuvor Hauktgeneratoren inaktiv Der Electro hat übrigens seinen ersten Auftritt im Februar 1964 Und ich würde sagen, wir können unseren Verteidigungsschild vielleicht gleich mal benutzen Das ist vielleicht doch ganz sinnvoll Du kannst mich nicht aufhalten, aber schön, dass du's versuchst Sag mir, für wen du arbeitest, dann verschone ich dich Das Angebot will nie jemand annehmen Hab dich! Ja, Vulture Vulture war das allererste Mal im, ist auch nur Urgestein Mai 1963, seinen allerersten Auftritt bei Spider-Man Für diejenigen, die es interessiert haben Okay, die Kameras sind wieder online Wie sieht das aus? Tja, siehst du aus, als ein sämtlicher Insatz mit Wrath geflohen Einschließlich Martin Lee Dabei sind fünf seiner Schrift und meine Gegenwärtig wieder in Freiheit Haha, ich dachte gerade wirklich, das sei dein Ernst Es ist ernst Ich muss los, ein paar von ihnen wollen in die Stadt Ich bin der Worte Ich bin der Worte Verfolg mich weiter Bald haben wir's Elektro, hör auf! Wie gefällt dir mein neuer Anzug? Wahnsinn, wo hast du den denn her? Gibt's nur für Mitglieder Hm? Anzug Denkt dran, er sagte, nicht umbringen Gute Idee Wir müssen das hier auch gar nicht tun, wenn ihr nicht wollt jetzt gehen wir gerade mal so komplett aufs maul und ich würde sagen das sind die ja sag ich was sind die sinister six dr octavius erste und letzte warnung nicht in die quere jeder von euch hat einen job zu erledigen eure schuld ist beglichen wenn wir fertig sind los da ist er und Untertitelung des ZDF, 2020 All diese Jahre. All diese Lügen. Es ist vorbei, Norman. Es ist Zeit für die Wahrheit. All diese Lügen. May, alles okay? Ja, sicher. Kannst du die bitte für mich aussteigen? Klar. ...arbeitet aber pausenlos an einem Heilmittel für diese tödliche Krankheit. Die stadtweite Quarantäne wird streng durchgesetzt. Von Sable International. Die sämtliche Verkehrsknotenpunkte strikt überwachen. In der Stadt kämpfen Polizei und Sable Agents weiterhin gegen Rikers und Raft-Ausbrecher. In der Zwischenzeit gab Bürgermeister Osborn Spider-Man die Schuld am Gefängnisausbruch und der Ausbreitung der Krankheit und erklärte ihn zum Flüchten. Beweise dafür erbrachte er nicht. Und viele glauben, der Bürgermeister wolle nur von sich ablenken, da ein Exklusivbericht des Biogel aufgedeckt hat, dass die Krankheit ihren Ursprung in einem geheimen Oscorp-Labor hat. Hier in Manhattan. Bürgermeister Osborn behauptet, Oscorp arbeitet... Macht das aus! ...an einem Antiserum, blieb aber auch hierfür jeglichen Beweis schuldig. Dr. Octavius, warum? Wie konnte ich das zulassen? Das Krankenhaus hat angerufen. Die sagten, du wärst einfach weg. Ich muss zurück an die Arbeit. Die Ärzte haben gesagt, du hast 14 gebrochene Knochen. Das macht 192, die nicht gebrochen sind. Danke für deine Hilfe übrigens. Das Schwierige war, dich vor Sable zu verstecken. Sie haben dich zu ihrem Hauptziel ernannt, weißt du? Ich fühle mich wirklich geehrt. Was passiert mit unserer Stadt, Juri? Ich weiß es nicht. Fühlt sich an wie das Ende der Welt. Ist es vielleicht auch. Ich helfe gern. Gut. Hier rotten sich entlaufene Häftlinge zusammen und übernehmen ganze Stadtviertel. Sie plündern, terrorisieren die Anwohner, das volle Programm. Ich kümmere mich um sie. Was hast du noch? Der Bürgermeister verlangt von Silver Sable, Lee und Octavius unter allen Umständen zu finden. Jetzt hält sie in der ganzen Stadt willkürlich viele Menschen in Lagern fest. Es hält sich das Gerücht, sie wende erweiterte Verhörmethoden an. Du meinst Folter. Ich kümmere mich darum. Das ist unsere Stadt, Juri. Höchste Zeit, dass wir sie uns zurückholen. Großartig. Meine Männer verfolgen die Superschurken. Ich gebe Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Tu dein Bestes, um die Stadt zu stabilisieren. Bleib mit den Füßen an Bohnen! Das ist unsere Stadt, um die Stadt zu stabilisieren.